Insel Hinterbrandshagen, beide Richtungen. B105 Ortseingang Neubuckow von Wismar aus. B109 Höhe Finkenbrück, 80er Strecke. Friedland, Pasewalkerstraße, Stadt einwärts. Euch eine gute und sichere Fahrt. Die meiste Musik mit allen aktuellen Hits. Für eure Mittagspause. Hallo, wir kennen es ja von der Rügenbrücke. Die ist manchmal kurz gesperrt für die Wartung, damit sie sicher bleibt. Damit Ostsewelle weiter sicher senden kann, muss auch mal was gebaut werden. Heute wird eingebaut eine neue USV. Die springt ein, wenn es Stromnetz ausfällt oder so komische Spannungsausschläge hat. Damit dieses Gerät eingebaut werden kann, muss der Strom mal abgeschaltet werden. Das heißt, wir können hier aus dem Sendestudio nicht für euch senden. Wir sind also mal ganz kurz verabredet weg. Wir kommen aber ASAP so schnell wie möglich wieder. Entdeckt doch in der Zwischenzeit in unserer gratis Ostsewelle-App den genialen Elton John-Stream. Der ist frisch und neu. Natürlich haben wir für jeden Musikgeschmack auch die Rock-Hits, die Soft-Hits oder die brandneuen Hits. Einfach mal checken, wenn ihr gesagt habt, ich habe hier noch gar nicht in der Ostsewelle-App die ganzen 14 Musikkanäle. Dann ist genau jetzt in diesen Minuten die Zeit für euch. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020